Morgen! So, das ist Akidu aus Kyoto. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein. Na dann, herzlich willkommen! Und die Uhrzeit. Und dann, du weißt, weißwisch, dürfen die Mittagszeit nicht überleben. Ritzen, ein original bayerisches Frühstück. Ich will doch sehen, wie wir so leben. Ist doch der Sinn von so einer Gastreise. Na, Papa, das ist kein Bademantel. Das ist ein Kimono. Ein traditionell japanisches Kleidungsstück. Das trägt man zu besonderen Anwässen, gell? Bei Hochzeit oft. Oder bei Tess Hegemoni. Für was ist das? Sauber, sag ich. Aber heute Abend, da machen wir einen schönen Krustenbraten. Mit Knödel, gell? Mit Knödel. Wer ist jetzt mir? Heute haben sie wieder alle verrückt gespielt in der Arbeit. Der zieht sich grad unten. Der ist so schüchtern. Der hat heute den ganzen Tag nix gesagt, aber eingekauft wie ein Böder. Wird jetzt bei uns keiner freiwillig rumlaufen? Grüß euch. Grüß dich. Was ist denn das? Ich die Lederhosen. Hier? Ja, leider. Sehr gut, Eva. Danke. Schau mal her. Das ist ein richtig schöner Bierkrug. Ein Glaskrug hier. Ich meinte, heute gibt's was schönes Krustenbraten mit Knödel. Wie ja jetzt. Ja, und du? Hast du nix eingekauft? Schon, aber... Ah. Richtig. Wie machst du denn immer so ein Geschiss ums Essen? Dann bestellen wir halt eine Pizza oder so. Was hat er denn? Ich hoffe, wir haben ihn jetzt nicht beleidigt.